Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play der Herderringe Online Ja, wir haben ja letztes Mal das Gefecht vom Amon Sul bestritten Das Scharmützel, das wir uns freigekauft haben Ja, das ging auch sehr einfach, sehr erfolgreich Würde ich mal sagen, das hat doch gut geklappt War natürlich auch nicht auf schwer eingestellt Das geht noch deutlich schwerer Aber mit Solo ist eigentlich alles relativ gut zu bestreiten Zumindest in dem Level hier noch So, jetzt können wir hier bereits die Quests abgeben Die letzte haben wir auch letztes Mal schon erfüllt gehabt Ja, super Regnet es jetzt hoffentlich wieder ein wenig EP Wäre ja wünschenswert, nicht wahr? So, ich benötige EP ganz gerne Das wäre super Ja, weiße und blaue Quests So schmeckt es mir am besten Ich grüße euch Und keine Folgequests Zumindest nicht von ihr Können wir also dann wirklich wieder zurück zur feste Gut So wie das hier aussieht Oh, Lebenstränke, Kraft können wir nicht benutzen Die Armkette ist auch nicht so tolle Naja, egal Hauptsache EP So Und noch die letzte Quest Ich grüße euch Da haben wir einen O-Ring Ja gut, der wäre als Tank sicher sehr schön Aber für uns finde ich unsere momentan besser Solange wir noch Schaden austeilen wollen Ähm, was ist denn am meisten wert? Die Hose 280 316 Ja, der Streitkolben Den können wir leider auch nicht benutzen Der wäre allerdings auch nicht besser Kommt also nicht drauf an Und hey Nicht mehr weit bis zum nächsten Level Bin ich doch zuversichtlich, dass wir das auch schaffen Ja, und die hier scheint Tatsache Nichts mehr für uns zu haben Außer halt ein paar Rationen Feuer, Holz Und was solche Händler eben noch haben Ja, geht es also jetzt wieder zurück zur Feste Kurzen Moment Ich will kurz gucken Ob ich wirklich alles erledigt habe Die Feste Gurus Ah, stimmt nicht Wir können noch das Geschenk an die Erzippe übergeben Genau Das hier war ganz woanders Das führt uns nach Nach Evendim Und er jagt der Starke in Agamau Das kommt auch erst später Da müssen wir noch nicht hin Gut, dann gehen wir jetzt zu dem Erzippendorf Ich glaube, der hat uns dann auch noch ein paar Folgequests Wenn mich nicht alles täuscht Und ich denke, da steigen wir auf unser Pferdchen für Das ist, glaube ich, nicht so schlecht Oh, ich wollte eigentlich noch meinen Beutel leeren und verkaufen Das muss ich jetzt dann nach der nächsten Folge machen oder so Gucke ich dann, wie sich das ergibt Jedenfalls reiten wir mal Gehen Straße Auf der anderen Seite ist dann auch schon das Erzippenlager Können wir mal ein wenig mit diesen Riesen kommunizieren Auch sie können sprechen Relativ gut sogar Haben auch durchaus mehr Intelligenz, als für Riesen so normal ist Ich will jetzt nicht über Riesen herziehen Aber so meine bisherigen Begegnungen mit Spielen waren da nicht sehr Sehr rühmlich, was Intelligenz angeht Naja, naja Aber eigentlich sind sie ja durchaus mehr neutral Nicht in diesem Spiel hier Da sind Riesen meistens ziemlich aggressiv Zumindest wenn man ihr Territorium betritt Aber sonst muss ich sagen Gibt es deutlich unangenehmere Rassen Als Riesen Und ich weiß nicht mal, ob es wirklich Riesen sind Vielleicht bezeichnet man sie auch irgendwie anders Müsste man auch mal irgendwie nachforschen Habe ich aber nicht für alles Zeit leider Geht nicht Und so Der Kerl hier mit den großen Hörnern Ist wahrscheinlich Seiner Seiner Na, wie soll ich sagen Trophäe Trophäe her Der Anführer Als Krone trägt er das wohl sozusagen Er riecht Fleisch und Pelze Riecht er das auch, okay Ja gut, in Ordnung Hat er hoffentlich Freude daran Und ist zufrieden damit Trägst du Worte des Friedens in dir? Ja, tu ich Er hat auch eine Quest für uns Oh, vernichtet Trolle in Harlock Okay Stimmt Da war ja noch was Genau Die Trolle in Harlock Das sind ja auch noch einige Quests da Das sind allesamt Signaturen Also auch etwas schwerer Aber Solo durchaus zu bewältigen Ist jetzt nicht so schwer Und sammelt Geätzte Steine Wo muss ich denn das machen? Da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so richtig erinnern Ich glaube das ist der grüne Bereich da drin Ja, wahrscheinlich Ähm Oder ist das der Boss? Nö, das ist der Boss Wo sind denn diese Steine? Oder droppen die von den Von den, ähm Von den Trollen selber Ich sehe es nicht auf der Auf der Questübersicht Ich überlege mir jetzt gerade Ob wir zuerst Ähm Nach, ähm Guru zurück sollen Oder in Schon in den Harlock Weil ich weiß Dass es da auch noch Einen anderen Questgeber gibt Und ich finde es fast sinnvoller Wenn wir erst die Überführungsquests zu ihm haben Bevor wir dann da In den Harlock gehen Ja, ich denke das mache ich mal so Also zuerst zurück Zur feste Guru Gut, wir könnten jetzt hier den Port benutzen Aber das ist für die Entfernung Schon fast ein wenig lächerlich Zumal der hat Einen riesigen Cooldown hat Den benutze ich dann vielleicht eher Wenn ich mal ein bisschen weiter weg bin Oder halt mitten in Feinde Und da wieder raus möchte Ist das fast sinnvoller Hui Ein anderer Spieler Gibt es also auch noch Obwohl ich heute wieder etwas später aufnehme Als zuletzt Sehr viel später Ich bin wieder zu meinen üblichen Aufnahmezeiten zurückgekehrt Aber ich muss da halt auch Den Umständen entsprechend immer ein wenig variieren Mich da arrangieren Ist ja doch dann Eineinhalb Stunden muss ich immer rechnen Bis ich alle Folgen im Kasten habe Das Hochladen Mal ganz außen vor Das geht je nach Internetleistung Der aktuellen dann noch Um einiges länger Normalerweise geht es auch nicht viel länger Als die Folge lang ist Aber Aber Wie wir letztes Mal ja gesehen haben Zwei Stunden Für eine Folge zum Hochladen Keine Ahnung was da los war Es war auf alle Fälle nicht gut Für mein Internet Und oh Ich merke gerade Wir haben gar keinen Laufbuff Ich müsste doch noch Ein Inventar haben Jawohl hier Den werde ich auch gleich ausrüsten Und auch Ich denke Wir können wieder eine Moral- und Kraftschrift nehmen Wenn wir schon davon haben Können wir es ja auch gebrauchen So Wer wollte jetzt hier noch was von mir Ich glaube es war ja nur die eine Quest Was anderes hat man von uns hier nicht mehr gewollt Ja das ist die nächste Epos Quest Er hat keine neue dazu bekommen Ah und stimmt natürlich Die andere Epos Quest von Oh ne das war nicht er Von Radagast Müssten wir natürlich auch noch abgeben Ich hoffe es steht nicht wieder ein Zwerg auf dem Tisch Und geht uns auf den Senkel Das brauche ich jetzt echt nicht Das brauche ich nie Um ehrlich zu sein So Kraftregeneration Macht Nein danke Beweglichkeit Inso wenig Der Stab dürfte damit auch am meisten wert sein Können wir also den nehmen Wunderbar Wunderbar Dann kann es mal weiter gehen Ab zu Radagast Und gucken Was er als nächstes vorschlägt Ich glaube er schickt uns sogar noch mal zur selben Stelle zurück Aber ich will jetzt noch nicht zu viel vorweg nehmen Alles zwergenfrei Sieht so aus Auch hinter dem Fass versteckt sich keiner Da kann sich ja durchaus mal ein Zwerg verbergen Bei der Ähm Etwas geringeren Klattergröße So Die Vernichtung der Unholde kann uns Bei dem was uns noch bevorsteht Nur vom Nutzen sein Nun hört gut zu Denn es gibt noch viel zu tun Ja Bei den Mengen an Unholden die da waren Denke ich das auch Das sind schreckliche Neuigkeiten Belohnungen gibt es Aber ich lese mir erst den Text durch Die bloße Anzahl von Anunholden In Haragmar Weist darauf hin Dass es dort auch Aritmannen gibt Abscheuliche Geistesbeschwörer Im Dienste des dunklen Herrschers Das klingt nicht gut Und wir haben glaube ich auch schon ein paar von denen bezwungen So In Vorbeigehen Ähm In vergangenen Zeiten lebten sie Im Hexenreich von Angmar Doch der Weiße Rat glaubt Glaubte sie für immer besiegt Das war zweifellos ein Ehrtum Ja wenn es wirklich Aritmannen sind Die wir da besiegt haben Ist das so Ähm Nur die stärksten Aritmannen Die Aritfürsten Verfügen über die Macht Die Geister des Schattenreiches Zu beschwören Die Kriegssänger Tragen das Siegel ihres Aritfürsten Durchsucht die Ruinen In Osten von Haragmar Vernichtet diese Kreaturen Und bringt mir Ihre Siegel Wir müssen erfahren Welchen Aritfürsten Diese Kreaturen Dienen Okay Wir müssen also Ein Aritfürsten aufspüren Und Aritmannensiegel sammeln Was kriegen wir denn dafür Ein Blutstein Schicksal und Vitalität Ja gut Da haben wir jetzt unser tolles Ähm Siegel von den Eglaine Das ist dann doch um einiges besser Würde ich sagen Ja doch Ich denke da werde ich das behalten Und die hier Ja Auch nicht besser als unsere Schatz Äh unsere Hügelgräber Rüstung Und auch die Waffe Eher enttäuschend Obwohl ich mir habe Sagen lassen Dass ähm Zweihandwaffen für Bärninger besser seien Weil Weil nur die Mainhand In der Bärenform Beim Schaden Beachtet wird Und nicht die Nebenhand Sprich es bringt mehr Eine Zweihandwaffe mit mehr Schaden zu tragen Als zwei Einhandwaffen Weil die halt Im Einzelnen weniger Schaden Verursachen Aber ich weiß nicht ob das immer noch so ist Ob die Nebenhand mittlerweile nicht auch berücksichtigt wird Wenn ihr das wisst Wenn ihr das wisst Wie sich das inzwischen verhält Beim Bärninger mit Einhand und Zweihandwaffen Sagt mir das bitte Schreibt es in die Kommentare Wenn ihr das wisst Weil das Interessiert mich wirklich brennend Und Kugel konnte mir da auch nicht helfen Ich habe das nicht gefunden Nur in älteren Beiträgen eben Der Einwand So Gut Ich würde sagen Wir gehen gleich dem Epos nach Bevor wir dann hier runter Die anderen Quests Bei den Trollen erledigen Das ist ja auch gleich wieder An dem Ort Wo wir auch schon waren Und meine Nase Regt mich auf Oh Das ist irgendwie durchs Reden Gerät da einiges durcheinander Keine Ahnung Das ist wohl immer noch Die letzten Überreste meiner Erkältung Die sich da zusammenhottet Mich beim Aufnehmen stören will Oder einfach nur ärgern Nervig Richtig nervig Und ich will ja auch nicht jetzt hier alles mögliche hochziehen Oder gar schnäuzen Mitten in der Aufnahme Ach nee Das hört sich ja Hört sich ja schlimm an Das kann ich euch nicht antun Deswegen Muss ich immer so ein wenig Möglichst diskret Alles Beiseite schieben So gut es eben geht Okay Selbst das klingt auch nicht viel besser Entschuldige ich dich Hör ja schon auf damit Ich will euch nur ein wenig Erklären Warum es manchmal ein bisschen komisch Klingt Wenn die Stimme sich plötzlich ein wenig Verschluckt oder so anhört Keine Ahnung wie ich es genau betiteln soll Nicht erlaubt während ihr reitet Achso ich bin auf die Zweige gekommen Ups Ja meine Finger Sie sind manchmal nicht so zielgenau Ist euch sicher auch schon aufgefallen Über meine diversen Hetztiraden Was Tastatursteuerung angeht Kannst du schweigen Lass mich Du Sumpflaurer Er hat auf uns gelauert Im wahrsten Sinne des Wortes So Hier sind wir schon bei den Untoten Zumindest stehen sie da schon ganz bedrohlich Jetzt müssen wir uns Aritmannenfürsten suchen Wie gesagt Haben wir letztes Mal auch schon gefunden Die waren da in der Feste Aber ich glaube hier gibt es auch schon welche Vor der Feste Ähm Da hinten Ach nö Das ist nur ein Eisen Aber das möchte ich mir auch gerne holen Und doch Doch Da ist einer Da ist einer Samt seinem Diener Von dem wir dann glaube ich Das Siegel bekommen Er sagte ja Dass die Diener Die erweckten Diener Das Siegel ihrer Herren tragen Ihrer Erwecker Weißt du das also so funktionieren Und sie bewachen Mein Eisenerz Mein hochwertiges Eisenerz Was fällt euch ein Was tut er jetzt Uhu Er beschwört einen weiteren Untoten Kriegen wir dann zwei Siegel Ich befürchte fast nicht Aber es könnte ja sein Vielleicht Vielleicht auch nicht Es ist nicht so wichtig Es gibt jedoch genug Ach im Mann Arit Mannen Schweres Wort Besonders mit verstopfter Nase So Noch das Erz abgebaut Und oh Ich muss wieder ein wenig Auf meine Moral aufpassen Diese Arit Mannen Haben es doch ganz schön in sich War da nicht in der Nähe Gleich noch Einer Ne Sind alles nur normale Unholde So Ich werde jetzt hier Erstens mal kurz heilen Und dann nehme ich noch mal Ein wenig Hornbläser Kuchen Zu mir Unser letztes Stückchen Schade schade Aber wir haben ja auch Andere leckere Sachen Brote des Reisenden Wird es hier auch schmecken So Ich räume noch kurz Diese Untoten Hier aus dem Weg Wenn wir schon hier sind Nicht so weit vorlaufen Was sollte das denn jetzt So Macht die gute Beorlinge hier Einfach das Was sie möchte Hey hey Was richten die denn jetzt So viel Schaden an Das war doch das letzte Mal Auch nicht so Vielleicht noch eine Münze zünden Sonst fühle ich mich hier etwas Etwas verunsichert Und alleingelassen Kein schönes Gefühl So Weiter geht's Nicht kuschen hier Wir lassen uns nicht beeindrucken Von irgendwelchen Untoten Und Euren Mannenfürsten Die irgendwelches Zeug beschwören Was das Zu spät Schon wieder mehrere Gegner Und nein Jetzt sind wir auch noch betäubt Aber nicht mit uns Ist nicht mit uns Oh je Da kommt noch einer dazu Jetzt kann's lustig werden Oh Erst zwei von fünf Na das kann noch dauern Oh Unerwartet Flink abgeschlossen Sehr schön Das dürfte eine Klassentat gewesen sein Denk ich doch mal Gucken wir uns dann gleich an Bevor wir weiter Auf Aritmann Jagd gehen Ah Ist ja schnell gemacht Was ist das hier denn Ach so Das ist noch aus dem Scharmützel Da sind natürlich die Begegnungen Ähm Auch ins BDT eingetragen worden So So die Klassenfertigkeit abgeschlossen Und fünf Punkte dazu bekommen Da hinten war doch auch noch ein Aritfürst Da kann ich mich noch dran erinnern Genau Da Genau da Neben den schweren Eibenzweigen Die scheinen öfters gerne mal Eine Ressourcenspot zu verteidigen So wie es aussieht Oh Jetzt hat der eine dieser Würmer geboren Brrr Wie ekelhaft Ich laufe heute ständig an den Gegnern vorbei Ich habe heute glaube ich zu viele Jäger gespielt Zu viel Fernkampf Ist das wohl ein wenig Ungewohnt gleich auf Nahkampf umzusteigen Vielleicht sollte ich nächstes Mal vor dem Aufnehmen was anderes spielen Um mich ein wenig einzufuchsen So Stehen die da alleine Ich denke die kommen Einzelnen Aus der respektive halt zusammen Der Diener und der Fürst Hat geklappt Ich habe nicht noch den dritten da gezogen Sehr schön Na gut Er beschwert ja sowieso noch einen dritten Aber das kennen wir ja Damit werden wir schon fertig Sobald der Signatur Gegner Geschichte ist Sind die anderen beiden auch nicht so schwer Na gut wobei Keine Ahnung warum Aber es fällt irgendwie schwerer als Als wir das letzte Mal hier waren Kann mich auch irren Es ist halt jetzt nur so das Gefühl von mir Ich gucke mal zurück Ob der eine Aritmander hier Schon wieder respawned ist Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht Lust Mir da weiter drin noch welche zu suchen Und auf noch mehr Widerstand zu stoßen Und ja er ist Tatsache schon wieder da Wir können uns einfach nochmal denselben pflücken Okay es ist vielleicht nicht die Die schönste Variante Und die logischste Aber aber Die angenehmere auf alle Fälle Und Aritmander ist Aritmander Die unterscheiden sich ja nicht voneinander Von daher verpasst ihr auch sicher nichts So er hat dieses Mal Nicht mal einen weiteren beschworen Trotzdem wird uns hier immer mehr Schaden reingedrückt Was soll das denn Ich fühle mich unsicher so Da habe ich immer das Gefühl Dass ich schlechter geworden bin Ich kann mir das jetzt echt nicht erklären Wir hatten letztes Mal ja auch keine Buffs an oder so Also keine sehr starken Ich glaube dieses Mal haben wir sogar noch mehr an als letztes Mal Ich weiß es nicht Oh Unheilbezwinger abgeschlossen Ja wunderbar Sehr gut Wieder Punkte bekommen Dürfte die erste Stufe gewesen sein Jawohl Die mittelschwere gerade freigeschalten Und 5 Punkte dazu Sehr schön Und ja auch der Aritmander ist wieder hier Damit dürften wir dann die Quest erledigt haben Und können wieder zurück zu Radagast Ihm die Siegel zeigen Die es ja wirklich hier hat So wie es scheint Wer kann daraus wohl schließen Welcher Aritmann für das Tier zugange ist So Erledigt Oh Da kommt der Vierte auch wieder dazu Diesmal etwas zu spät zur Party Hast du dich etwas verspätet Mir kann das nur recht sein Für dich ist es ein Nachteil Da du jetzt als Einzelner gegen uns kämpfen musstest So Mit der Runde noch gleich Und jetzt können wir uns hier wieder rauswurschteln Ich denke ich steige dann unten am Sumpf einfach wieder aufs Pferdchen Ich muss mich jetzt hier auch nicht unbedingt mit weiteren Untoten prügeln Haben jetzt genug Schlägereien gehabt Ja doch hier Hier dürfte das sicher gehen Sehr schön Haben wir das auch geschafft Obwohl mich das jetzt schon ein wenig verunsichert hat Ich meine wir haben hier doch schon gegen Elite gekämpft Und sind irgendwie besser davon gekommen Als gegen diese Aritmannenfürsten Naja Nicht verunsichern lassen Das wird schon werden Ja genau Der Splittermob war das das letzte Mal Das kann ich doch jetzt gleich mal testen Ob das jetzt wirklich so schlimm ist Diesmal auch keine Skillverzögerungen und so Gehen wir ihn nochmal an Gut jetzt sind wir auch eine Stufe höher Also wenn es jetzt nicht klappt Dann ist irgendwas verkehrt Wurde der Berlinger genervt Oder nur meine Berlinger Ja natürlich gemein Nö das funktioniert hier eigentlich ganz gut Sind diese Aritmannen anscheinend wirklich einfach ziemlich stark Wobei Gut doch ich muss gleich einen Schocktrank nehmen Das geht sonst nicht Sonst werden wir hier drauf gehen Das wollen wir ja nicht Das wäre unser erster Tod Denn möchte ich doch noch etwas hinaus zögern Nach Möglichkeit Und doch Er hat uns auch wieder recht Gegeben Warum denn plötzlich Vielleicht bin ich heute einfach auch nur schlecht drauf Spiele nicht so gut Kann auch sein Ich spiele allgemein nicht so überragend Bin ich mir durchaus bewusst Aber Naja Weiter geht's mit dem Pferdchen Wieder zurück in die Feste Oh reichhaltige Nein 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 Du greifst mich nicht an Bitte nicht Das muss jetzt wirklich nicht sein Auch der Untote Zieht uns zum Glück nicht Und wenn ich zurück in der Feste bin Kann ich die Folge denke ich auch beenden Oh du bist ja ein Zweig Ich nehme mich natürlich auch noch mit Können wir dich dann nach der Session wieder bearbeiten Naja Bin ich immer noch fleißig dabei Damit ich das dann auch die Stufe fertig bekomme Und ich reite hier irgendwie komplett falsch Ich muss ja da lang Dann wird das auch wieder ein wenig überzogen Aber meine Güte Ist ja nicht schlimm Sag ich jetzt glaube ich auch jedes Mal Wenn ich ein wenig überziehe Ist auch nicht viel besser als mein ewiges Gemecker darüber Dass ich die Folgenzeit nicht einhalte Ich sollte es einfach nicht beachten Das wäre wohl am erwachsensten Aber naja So ein wenig was darf man sich ja erlauben Wenn man sich sonst schon so wenig erlauben darf Na komm schon Bau schneller ab Ich habe ja immer noch nicht mein Werkzeug bekommen Mein Kombinationswerkzeug Das liegt immer noch irgendwo bei den Hobbit Geschenken rum Und wartet auf mich Schade Das ging beim letzten Schaden ich hochgezogen habe Echt ratze Ratze fix Da habe ich sogar mehrere Werkzeuge bekommen Und alle weggeschmissen Die ähm Die ähm Über Übertrüssig waren Statt sie aufzusparen für meine Beoninger hier Das war echt doof Das war echt nicht schlau Gut liebe Leute Wir stehen hier einigermaßen sicher Ich werde mich jetzt wieder von euch verabschieden Bis zur nächsten Folge Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis dann